Ich hab einen. Leg sie. Sein Mail hat nix. Tja, hoppla. Bei mir ist einer. Okay, ich komme. Alter, du bist noch ziemlich weg. Warte, warte, warte. Weg. Junge, ich komme. Weiß noch nicht wie, aber ich komme. Der Mail ist auch bei mir. Ob meine Haustür. Ist genau bei mir. Ich bin jetzt hier oben bei diesen Kanistern. Flickshot des Todes. Kann ich reinkommen? Fuck. Ja. Nicht durch die Scheibe, ne? Wir sind tot halt. Wieviel hast du gekillt? Zwei. Du? Ich. Zwei. Eher, ich hab zwei gekillt? Klar. Der eine hat nix bekommen, der andere wollte mich wegpappen. Ich denke, ich habe tatsächlich mit der Pistolen-Shotgun einen getötet. Ja, du bist ein krasser Typ, Michi. So, wollen wir hier nebendran in das nächste Haus? Ja, mir ist alles egal, Kater. Komm. Die Snipern da aus diesem Haus, habe ich den Eindruck. Und noch von weiter rechts. Also Auto. Scheiß drauf. Ah, der ist an dem Scheißhaus. Wollen wir schießen? 230 Grad Scheißhaus. Der eine läuft da grad. Wurde einmal getroffen, glaube ich. Der eine parkt da gerade, die... Der ist im Haus drin. Der ist im Scheißhaus drin. Hast du gesehen, dass da unten jetzt eigentlich an dem Felsen ist? Ja, an dem Felsen, an dem Felsen. Sechsfach Zug mir zu wenig an, ey. Wir sind noch nicht in der Zone. Aber ich auch nicht. Auf jeden Fall kann er nicht durch die... Er kann nicht durch die Fenster schießen. Irgendwas ist das auf uns. Ich hab ihn wieder gehittet, den am Felsen der... Du weißt, dass uns jeder... Auf wen ballerst du grad? Haus oder Felsen? Felsen. Ich guck mal dann zum Haus. Aber ich seh den nicht. Oh, der Schuss hat mich zaubert. Der piekt links vom Haus. Steht halt doch mir rein. Ja. Von oben schießt der, glaube ich, jetzt. Ja. Natürlich, natürlich, wieder auf uns. So, von Richtung der Kirche hab ich den Eingruf, da. Sorry. Lass mal weiter moven, das gefällt mir hier nicht. Das ist nämlich von schräg oben irgendwo. Wie ist das alles? Ja, garantiert von diesen Felsen da seitlich. Muss kurz ein Verband nehmen. Ja, ja, mach mal. Guck mal, wenn wir hier Richtung diesen Hügel gehen... Die Zone kommt. Schade, Mann. Der muss nämlich jetzt laufen. Naja. Wir können hier nochmal ein Stück hochgehen und gucken. Ja, hier links brennt Mirado. Hier wird in den Häusern jemand... Ja, ich seh's vor mir. 175 Grad. Der hat ein Ghillie an. Er ist ausgenockt, der Ghillie-Typ. Er ist tot. Schön gemacht, schön gemacht. Du hast wieder jeden Schuss getroffen, kann das sein? Ne, zwei nur. Guck mal, hier links ist ein Drop. Ich seh'n anderen. 185 Grad ist in dem weißen Haus einer drin. Glaub ich, oben links. Guck mich hier. 185 Grad in dem weißen Haus hinten. Wo wir die getötet haben, nur weiter hinten. So, ein weißes Haus. In dem zweistückigen, meinst du? Oben links ist einer drin, ja. Ja. Würde ich nicht picken, ist zu weit. Wir sind in der Zone. Hier liegt ein Drop. Alles ist gut. Eigentlich würde ich gerne den Wop nehmen, aber ich kann nicht. Wegen der Dreierwäste, weißt du? Könntest du es probieren, aber... Wenn's nicht eh schon gelootet ist. Ja, ich möchte halt nicht trennen. Und dann ist es... Weißt du? Und dann sterben wir nur. Hast du eine Zweierwäste? Ja. Die Gans? Ja. Ja, dann ist es okay. Und ein Zweierhelm. Ganz. Ich guck hier so ein bisschen rechts, aber ich seh da gerade nicht mehr. Wir sind in der Zone, das ist schon mal gut. Stell dir mal, der Typ, der ein bisschen tot ist, hat zwei Schütze gebraucht. Einen ausgenockt und einen, äh... Okay. Der läuft jetzt auf das vordere, flache Haus. Der ist von links drauf zugelaufen. Der wird... Das ist ja so eine Scheune. Ja, und der oben aus dem Haus schießt gerade raus. Können wir gucken? Ich hab ihm die Fenster mal getroffen. Die müssen eh raus aus dem Haus. Ja, aber hast du gehört? Fenster? Ich hab ihn einmal getroffen. Er ist getroffen. Einmal? Wahrscheinlich ist er tot. Ich glaube, der ist jetzt gerade weg. Der Zweite springt, der ist tot. Ja. Wir müssen laufen. Wir haben nur eine Minute 20. Dann können wir jetzt nochmal beim Drop gucken, oder? Der ist außerhalb der Zone. Wie... Nee, das kann nicht sein, dass der mich trifft von hier. Pass auf, ich weiß nicht ganz genau, wo er hockt. Alter, wie ich grad gekriegt hab. Jetzt kam was von weiter oben, dachte ich. Alter, die haben einen Helm fast komplett raus genug. 245 Grad. 245 Grad. Jetzt sind wir 235 Grad. Da im Scheißhaus vor uns direkt. Hinter dem Scheißhaus. Hock da. Und sein Mate kommt auch da. Ich muss mich hinlegen, weil ich hab zu krass wieder gefressen. Ja, die treffen halt von rechts auch noch ein bisschen. Keine Ahnung, warum die den jetzt nicht sehen. Das sind die einzigen beiden Teams. Rechts und links an dem Scheißhaus, ja? Wir müssen ein Stück vor. Wir sind noch nicht ganz drin. Fuck. Hier, komm mal hinter. Wir müssen hier zu dieser Kuhle. Nein, 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 nein. Und dass die schießen wieder nur auf uns. Oh, Scheiße. Die schießen beide auf uns. Ich hab hier die fetten wo man alle. Hier, rechts Moven Stück, auf dieses Scheißhaus zu Hier unten rechts ist noch so ein dicker Fels Siehst du den, rechts von dir? Hab ihn aus Der hat dich ausgenommen Hä? Der rechts rennt jetzt Ach rechts an dem toten Baum, den siehst du wahrscheinlich gar nicht Soll ich versuchen dich zu holen? Nee, der piekt, der guckt nur auf Kannst du ein Stück nach rechts runterholen? Ich bin wieder der Einzige, der angeschossen wird Das ist so hardcore lächerlich An dem toten Baum, das siehst du denn doch Hier unten rechts meinst du? Da links, da links Ja ok, ok, warte, ich versuch da noch runter zu kommen Dein Wade war halt weiter links, ne? Ja, ich weiß Der wirft auch was, Achtung, der wirft wahrscheinlich perfekt Von der Smoke glaube ich Ich würde nicht die Sniper nehmen von da, oder? Weiß es nicht Das heißt, sein Maid wird wahrscheinlich geholt worden sein Ich würde einfach noch warten Oder? Soll ich hier links zu der Kuppe mal gucken? Du musst halt ein bisschen reinrennen, ne? Ja, da ist eigentlich ganz gut, ich weiß jetzt nicht wer noch lebt Recht ist keiner mehr Da ist er Ja Schön gemacht Der hätte ich damit nicht gerechnet, dass du da kommst Ganz kurz Ich sitze hier gerade mit den Armen gen Höhe Und zeige den Mittelfinger Ja Ich sitze hier gerade mit den Armen genie